Im lateinischen, römischen Hintergrund lautet im lateinisch Ubi Beme, Ibi Patrian heißt da wo es gut ist, ist die Heimat. Also ich würde sie nicht festmachen wollen an einem geografischen Ort. Es kann Varianten, relativ simpel, es hat viel mit Gefühl zu tun. Du kannst dich von der einen Sekunde zur anderen fremd fühlen und die Sekunde später wieder Heimat. Das ist unendlich. Ob der Bus wohl bald kommt? Komm zusammen mit dem anderen Musiker. Und wer kam nicht? Der Osten kam nicht. JBL kam nicht. Dann haben wir. Das ist ein bisschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020